Exzellent. Ihr habt eine neue Technologie erforscht. Die wir zwar nicht unbedingt brauchen, aber haben oder nicht haben. Gebäudeausbau fertiggestellt. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Da gibt es noch Steine. Da gibt es keine Steine mehr. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Okay, Weizen und Fleisch. Das sollten ja alles kein Problem jetzt mehr hier sein. Es hat auf jeden Fall mehr als genug Wasser transportiert. Was alle Schweinezüchter hier effektiv arbeiten können. Okay, die Brotproduktion hier drüben läuft aus. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ja, läuft alles so, wie ich es gehofft habe. Mehl und Weizen, alles in Höhe und Fülle. Also da die Brotproduktion läuft, können wir hier die Mühe abbeißen. Wir sind hier eigentlich unsere beiden Bäckereien. Wie lange schon mal die Brotten würde fest Anhören führen. balconie auf einem schauenwort, geht es um Shin photography und combine conference. Trinhusp đây disappeared! Auch schon fließt Jess, abh receptive mich, finde ich Até mir so schon! Mädchen, 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 Mädchen! Mädchen, 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 ihr seid. Mädchen, 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 Mädchen. Mädchen, Mädchen, Ayechen, Mädchen! Mädchen! So wie es aussieht, brauche ich wirklich hier mehr Weizen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Also muss der Wald hier auch erst mal weichen und wir errichten neben dem Lagerhaus auch noch Weizen. Beudeausbau fertiggestellt. Euer Gebäude wurden hier ausgebaut. So, dann erst mal Bäume einreißen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Also ja, Brot brauchen wir jetzt gar keine Sorgen mehr machen. Das ist schon mal gut. Und ich glaube, ich lasse zwei Metzgereien hier angeschlossen. Wobei, so viel Wild kriegen wir nicht rein. Ich lasse die Metzgerei hier angeschlossen. Ich lasse die anderen jetzt ab. So. Den Bauernhof, den brauchen wir dann eigentlich auch nicht mehr. Den Bauernhof können wir auch komplett abreißen. So. Gebäudeausbau fertiggestellt. Ja, du wirst irgendwas förstern können. Hier erholt sich leider das Wildmeer. Also können wir hier abreißen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Also ja, es tut sich was bei denen. Ich denke mal, wenn ich die da noch gebaut habe, sollte es sich dann ausgeben. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So, unsere Abrissarbeiten haben wir gemacht. Das heißt, nächster Schritt wären drei Novizen. Drei davon, drei davon. Und wir liefern. Wir müssen nämlich jetzt wieder Schwerter produziert werden erst mal. Habt ihr jetzt Wurst? Ja, ihr habt Wurst. Okay. Und ihr habt Fleisch. Wir haben Brot. Beideausbau fertiggestellt. Sagen wir mal so. Beideausbau fertiggestellt. Bölle Chemie, oh. Gehen eigentlich noch von dem, was sie an den Gegensatz zu setzen haben. Hier ist eine Wasserbühne. Was haben die drüben? Alles? Jede Menge Fisch. Also das wird unsere Nahrungsversorgung noch mehr stärken können. Wir sind jetzt noch bei dir. Ich bin das sehr. Wir sind die Leise. Untertitelung des ZDF, 2020 Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ja, keine Bevölkerungsprobleme zum Glück. Holz wird jetzt auch wieder hergestellt. Die Kohle braucht das? Ich kann doch auch hier gucken. 66 Kohle, okay. Naja. Kohle haben wir zu dem Platz genug. Musik Musik Wie viele Hitler haben wir jetzt? Eigentlich drei. Komm, erhöhen wir noch mal um zwei Händler. So, also im Weizen brauchen wir jetzt keine Sorgen mehr machen. Könnte halt hier wirklich noch eine Weizenfarm hinbauen. Ja, während wir warten, optimieren wir einfach mal. Besser zu viel als zu wenig Weizen, oder? Besser safe than sorry. Aber wenn man sich überlegt, was die Mission am Anfang für einen Krampf war. Vor allem, dass man keine Weizenversorgung hatte, außer durch Handel. Ja. 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 So. Beiraum für noch mehr Weizen. Oh, und... Perfekt ausgebaute Straßen für höhere Geschwindigkeit. Oh, da oben ist ja noch jede Menge Stein, sehe ich gerade. Dann baut mal da oben weiter ab. So, wie sieht's hier aus? Es wird Bier gefordert. Okay.